Zuerst war es GameStop und die sogenannten Meme-Aktien, dann folgten die Cannabis-Aktien. Wir sehen eine immer größere Beteiligung von Kleinspekulanten, vor allem an der Wall Street. Es ist aber auch in Deutschland ein Stück weit so und das zeigt, dass wir hier einen neuen Faktor haben, der die Struktur der Märkte verändert. Schon deshalb, weil diese Kleinspekulanten eben teilweise übergehebelte Produkte hier unterwegs sind auf der einen Seite und zweitens, weil sie fast ausschließlich auf der Long-Seite unterwegs sind. Das heißt, wenn mal ein Rückschlag an den Märkten kommt, vielleicht im Jahr 2143 oder ein bisschen später, das wissen wir nicht, jedenfalls sollte mal ein Rückschlag an den Märkten kommen, dann ist das Korrekturpotenzial, ist das Abwärtspotenzial viel größer, weil die sitzen alle letztendlich im selben Boot, auf der selben Seite des Bootes und wenn dann ein bisschen Gegenwind aufkommt, dann wird dieses Boot ziemlich schnell kentern, dann werden Stop Losses fliegen, dann werden Leute gezwungen sein, aufgrund von Margin Calls ihre Positionen zu schließen. Das wird dann ein Massenphänomen. Das heißt, die nächste Korrektur, so meine Prognose, wird, wenn sie denn kommt, sehr, sehr heftig werden, denn diese Kleinspekulanten, die saugen sich geradezu voll mit den Long-Positionen und das wird dann ein entscheidender Faktor. Schauen wir uns zunächst mal an, wie diese Kleinspekulanten hier an Gewicht gewonnen haben. Heute ja US-Feiertag, Presidential Day, da werden sich dann wahrscheinlich die Europäer wieder um 10.30 Uhr schlafen legen, weil nichts mehr los ist, aber es ist dennoch etwas, was jetzt übergeordnet wichtig ist, was die Marktstruktur erklärt und was möglicherweise auch zeigt, wann die Sache ein bisschen ungemütlicher werden könnte. Hier ein Artikel in CNBC oder auf CNBC, der auf diese wachsende Bedeutung der Kleinspekulanten hinweist. Nachdem die Bank of America an ihre Kunden geschrieben hat, ja, diese Kleinspekulanten, die sind ja ein Faktor, der wird erstmal bleiben, der wird sicherlich nicht sofort verschwinden und mit dem muss man rechnen, der hat Einfluss auf die Märkte. Wie ist dieser Einfluss erklärbar? Schauen wir uns zunächst mal an, wie diese Volumina gestiegen sind. Wir hatten Anfang 2020, machten diese sogenannten Retail-Investoren, also die kleineren Spekulanten, nicht-institutionelle Investoren, machten um und bei 18% des Gesamtvolumens an der Wall Street aus. Also vor einem Jahr 18%. Jetzt sind wir bei etwa 33%, das heißt ein Drittel, das an der Wall Street an Aktien voluminar bewegt wird, das wird durch diese Retail-Trader, durch diese Kleinspekulanten bewegt. Wir haben also eine Verdopplung innerhalb eines Jahres, eine immense Zahl, wie ich finde. Früher hat man gesagt, ja, diese Kleinspekulanten, die machen überhaupt keinen Unterschied, ob die jetzt dort oder dort sind, das ist praktisch egal. Aber dadurch, dass diese Kleinspekulanten eben, wie gesagt, mit gehebelten Produkten oft arbeiten, dass sie mit Optionen arbeiten, dass sie fast immer auf der Long-Seite sind, also Calls zum Beispiel bei Optionen kaufen, sind dann die Market Maker gezwungen, darauf zu reagieren, eben indem sie zum Beispiel das Underlying kaufen, um sich abzusichern. Sichtbar war das bei der Tesla-Aktie zum Beispiel. Also wir sehen hier, dieser Einfluss der Kleinspekulanten, der nimmt immer mehr zu. Und hier sehen wir mal das gesamte Volumen, US-Total Equity and Index Call Option Volume, also wir sehen, das ist praktisch vorwiegend über Calls im Optionsbereich erklärbar, diese starke Zunahme. Das schießt geradezu durch die Decke, kann man sagen. Und wir sehen auch Nasdaq OTC Total Volume, also OTC, On the Counter, werden oft so kleine Aktien gehandelt, so Penny Stocks. Und hier sehen wir, wie dieses Ding nach oben schießt, hat sich mehr als versiebenfacht seit dem Jahr 2020. Also immense Zahlen, da sind immense Zockereien am Start teilweise. Und wie gesagt, das geht gut, solange es gut geht. Wenn es nicht mehr gut geht, dann wird es ziemlich böse nicht mehr gut gehen. Hier sehen wir mal den Zusammenhang zwischen Reddit WallStreetBets, diesen Subreddit und den Downloads bei Robinhood, also dieser Plattform, über die man sehr entspannt und sehr schnell handeln kann, vor allem mit Optionen. Hier sehen wir, dass da der Hochpunkt Ende Januar war, dann ist es ein bisschen runtergegangen mit den Aktivitäten, sowohl bei WallStreetBets als auch bei Robinhood. Und hier sehen wir mal die Downloads zum Beispiel verschiedener Neobroker, vor allem in den USA sehen wir Nummer 1, ist nach wie vor Robinhood. Die erreichten im Januar knappe 4 Millionen Downloads, nur im Januar. Jetzt sind wir im Februar bereits bei 1,8 Millionen. Also hier wird diese Grafik oder bei Robinhood wird dieser Chart wieder nach oben gehen, weil eben weitere Leute noch in der zweiten Hälfte des Februars dann die Software downloaden werden. Webull kommt an zweiter Stelle, Fidelity, TD Ameritrade und dann E-Trade. Also das ist durchaus ein absoluter Trend. Wir sehen, dass hier in Deutschland mit Trade Republic oder anderen Neobrokern, da ist die Nachfrage extrem groß. Man sieht, dass bestimmte Aktien gesucht werden, wie zum Beispiel Cannabis-Aktien oder GameStop, eben solche Werte werden extrem gesucht. Aber wir haben ein Problem und das erklärt vielleicht, warum diese Geschichte mit den Cannabis-Aktien nicht ganz so in den Himmel geschossen ist, wie bei GameStop. Möglicherweise haben da manche gelernt und sich gesagt, okay, jede Fahnenstange hat ein Ende und bevor ich sozusagen runterfalle, dann wie viele bei GameStop, da nehme ich mal Gewinne mit. Das ist vielleicht der erste Grund, warum die Cannabis-Aktien zwar massiv gestiegen sind, aber eben nicht diese parabolische Fahnenstange hatten annehmen können, wie GameStop und andere Aktien. Und ein entscheidender Punkt hier könnte auch sein, dass die Savings Rate, also die Sparquote der Amerikaner zurückgeht. Das heißt, die Verlusttoleranz wird ein bisschen kleiner. Wenn ich es jetzt dicke habe und sage, okay, wenn ich da 1.000, 2.000, 3.000 Dollar mal verliere, dann ist nicht so schlimm. Das ist jetzt eben nicht mehr so, denn man wartet auf den Scheck. Der soll ja Ende Februar beschlossen werden. Hier mit diesem neuen Stimulus Anfang März müsste das dann ausgezahlt werden. Aber, da ist eben noch ein kleines Aber, denn es ist die Frage, wie hoch wird diese ganze Geschichte ausfallen mit diesen Stimuluschecks? Erste Frage, zweite Frage, wer ist überhaupt berechtigt, die zu bekommen? Und dritte Frage, wird man sich einigen können? Denn die Demokraten und Republikaner, die sind sich ein bisschen in die Haare gekommen jetzt über dieses Trump-Impeachment-Verfahren. Und wir sehen, dass die Amerikaner, das dürfte insgesamt auch in Deutschland gelten, pessimistischer werden, was die Einkommenserwartungen für die nächsten ein bis zwei Jahre betrifft. Hier sehen wir diese Umfrage der Universität von Michigan, Konsumentenstimmung, und die zeigt, die Menschen werden pessimistischer. Das heißt, man wird versuchen, vielleicht nochmal sein Glück zu machen, an den Märkten praktisch wie Lotto spielen oder ins Casino gehen, nur hat man da vielleicht etwas konkretere Ideen. Das heißt, man muss versuchen, offenkundig, wenn die Erwartung schlechter wird, dass das Einkommen jetzt steigt, sondern eher geringer ausfallen wird in Zukunft, versucht man eben jetzt das schnelle Geld zu machen. Das ist in vielen Kommentaren immer wieder sichtbar. Und wir sehen, um jetzt mal von diesen kleinen Spekulanten wegzukommen, dass jetzt in der letzten Woche die größten jemals ermittelten Zuflüsse in Aktienbereiche stattgefunden haben. 48 Milliarden Dollar sind hier reingeflossen. Da wurden dann 11 Milliarden aus Geldmarktfonds abgezogen und 800 Millionen immerhin auch von Gold. Also wir sehen, jetzt gehen alle all in. Wir wollen Equities haben, wir wollen Aktien haben, wir wollen reich werden. Schnell, schnell reich werden. Ob das gelingt, wir werden sehen. Bei asiatischen Aktien scheint das zunächst mal zu gelingen. Wir sehen hier die Nicke. Erstmal seit 1990 über der 30.000 Punkte Markt, hier in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Das haben Sie schon lange nicht mehr gehört, oder? Jetzt sehen wir jedenfalls eine Rallye. Ich glaube, 1,8 Prozent ist der japanische Index heute Nacht gestiegen. Die Chinesen haben ja noch Feiertage, Neujahrsfest. Da wird es am Freitag erstmal wieder ganz langsam losgehen. Aber ansonsten ist da nicht viel los. Wir sehen das allerdings, wenn wir uns mal den Nicke anschauen. 1990, hatte ich gesagt, war der Nicke das letzte Mal bei 30.000 Punkten. Wo stand der Dow Jones 1990 bei 2.500 Punkten? Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, jetzt sind wir ja entspannt über 30.000 Punkte beim Dow Jones und der Nicke ist jetzt da, wo er 1990 wieder war. Das zeigt so ein bisschen auch die Relation. Und die Rallye ist gefüttert eben durch diese Inflations-Reflations-Trade-Erwartung. Also die Erwartung, Pandemie wird besiegt, Nachfrage steigt, Inflation steigt. Dementsprechend muss man jetzt Aktien kaufen und muss Anleihen verkaufen. Wir sehen hier die Renditen für US-Staatsanleihen steigen. Das ist die 10-jährige US-Staatsanleihe. Jetzt erstmals über 1,2 Prozent. Aha. Das ist interessant. Und wir sehen unten, diese blaue Grafik zeigt, wie stark die Abweichung ist vom Normalverhalten. Also dass dieser Anstieg doch relativ schnell passiert ist jetzt, den wir hier sehen. Das wird ein Faktor werden, je höher die Renditen steigen, umso mehr werden Anleihen dann potenziell sozusagen eine Konkurrenz wieder verachsen. Und dieser Optimismus, der wird dann durch Zahlen scheinbar unterfüttert. Wir sehen hier Singapur, BIP heute rausgekommen. Besser als erwartet mit 3,8 Prozent statt 2,4 erwartet. Auch Japan besser als erwartet hier die Zahlen. Denn also dieser Reflations-Trade, der bekommt jetzt durch harte Fakten offenkundig ein bisschen Nahrung, so denkt man sich. Und die Frage ist, jetzt kommt eben diese Inflation. Bisher ist sie nicht gekommen. Warum? Obwohl wir zwar eine massive Ausweitung der Geldmenge haben, aber die Geldumlaufgeschwindigkeit ist nicht wirklich gestiegen. Ist mal ein ganz kleines bisschen nach oben, aber nicht so wirklich viel. Wenn die Geldumlaufgeschwindigkeit steigt, dann wird die Inflation beginnen. Dann wird es eben lustig und kritisch. Und lustig und kritisch wird es natürlich inflationär immer bei den Kryptowährungen. Wir haben wieder heute einen genialischen Tweet von Elon Musk über Dogecoin, wo er sagt, ja, too much concentration, viel zu viel Konzentration. Das sei ein Problem, wenn die Leute, die viel davon haben, was verkaufen, findet er das gut. Das könnte man vielleicht auch bei Bitcoin sagen. Da gibt es ja auch ein paar Wale. Wir sehen jedenfalls Dogecoin, dann nach unten im asiatischen Handel auch Bitcoin und Konsorten nach unten, nachdem Bitcoin am Wochenende fast schon die 50.000er Marke erreicht hat. Wenn wir uns jetzt mal die Marktkapitalisierung verschiedener Assets anschauen, sehen wir Gold nach wie vor Nummer 1 mit über 11 Billionen. Dann kommt schon Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Silber, Alphabet. Und an 8. Stelle Tencent und an 9. Stelle dann schon Bitcoin mit 862 Milliarden. vor Tesla. Man glaubt es ja kaum. Also wir sehen hier Bitcoin also jetzt unter den Top Ten inzwischen. Was haben wir noch? Ein wunderbares Statement der EZB, eines ihrer hellsten Momente. Hier dichtet man offenkundig angesichts des Valentinstages. Roses are red, violets are blue, we'll keep financing conditions favorable, till that crisis is through. Also allein für diesen Tweet müsste man schon die Herrschaften ohrfeigen, links und rechts nach meiner Auffassung. Das ist nicht nur schlechte Lürik, das ist auch irgendwie schief, so wie hier dieser schiefe Turm von Frankfurt, wo die EZB ja bekanntlich ihr Quartier genommen hat. Also das soll es erstmal gewesen sein. Heute können wir uns dann wahrscheinlich um 10.30 Uhr um und bei wieder ins Bett legen. Nachdem dann der Handel faktisch eingestellt wird, vermutlich so ist es zu erwarten. Gleichwohl werde ich heute einen Marktgeflüster Ihnen präsentieren. Mal schauen, was mir dazu dann einfällt. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in die Woche und sage Servus und Ciao.